Hi, heute verraten wir dir fünf Tipps für besseren Kaffee. Erstens fängt es bei der Kaffeeauswahl schon an. Wenn du miesen Kaffee kaufst, kann auch nur mieser Kaffee bei rauskommen. Deswegen achte bei deinem Kaffeekauf auch auf die Röstung. Ganz wichtig ist hierbei, dass dein Kaffee frisch geröstet ist und mit dem Röstdatum versehen ist und dass dein Kaffee schon Trommel geröstet ist. Das ist immer gut für die Bekömmlichkeit. Außerdem ist es immer ein gutes Zeichen, wenn die Kaffeepackung mit möglichst vielen Informationen zur Herkunft des Kaffees versehen ist. Hier kommt Tipp Nummer zwei. Frisch gemahlener Kaffee schmeckt einfach viel besser, aber gemahlener Kaffee verliert sehr schnell sein Aroma und das ist bei gutem Kaffee natürlich eine Schande. Wir haben hier eine kleine Auswahl an guten Mühlen für dich, die gar nicht teuer sein müssen und hier findest du auch noch ein paar Tipps dazu. Tipp Nummer drei. Die richtige Dosierung ist wichtig, damit der Kaffee nicht zu stark oder zu schwach schmeckt. Bei Coffee Circle rechnen wir mit 60 Gramm Kaffee auf ein Liter Wasser. So kannst du dir das Mengenverhältnis selbst errechnen. Weil uns Angaben wie zwei gestrichene Teelöffel zu ungenau sind, empfehlen wir eine Feinwaage zu benutzen. Tipp Nummer vier. Bevor du deinen Kaffee aufbrüchst, solltest du das Wasser ein bis zwei Minuten stehen lassen, sodass es idealerweise 92 bis 95 Grad Celsius hat. Ist die Wassertemperatur zu hoch, verflüchtigen sich nämlich die Aromen zu schnell und es werden Bitterstoffe gelöst, die sowohl für den Geschmack als auch für deinen Magen nicht gut sind. Tipp Nummer fünf ist, wie lagerst du deinen Kaffee richtig? Achte darauf, dass du deine Boden vor den vier natürlichen Feinden des Kaffees schützt. Diese sind Luft, Licht, Wärme und Feuchtigkeit. Deshalb empfehlen wir dir, den Kaffee nicht im Kühlschrank aufzubewahren, da er dort Fremdgeräusche aufnimmt. Achte beim Kauf darauf, dass die Verpackung über ein Aromaschutzventil verfügt und du nach der Benutzung der Verpackung diese immer gut verschließt.